So, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video, danke für das Einschalten, mein Name ist MashDate und heute geht es um etwas, was ich zum einen sehr oft gefragt werde, aber zum anderen auch einfach nur oft in den Kommentaren unter meinen Videos sehe. Dabei geht es um kein kleineres Thema als darum, dass Battlefield 1 langweilig ist und das Interessante dabei ist, dass ich wirklich sehr viel darüber gelesen habe und vor allem sehr verschiedene Meinungen, was ich ja auch nicht alle Tage sehe, zumindest in diesem Umfang. Auch in meinen Streams werde ich immer häufiger darauf angesprochen und auch dort habe ich über die letzte Zeit einfach versucht herauszufinden, welches Muster dahinter steckt, welche Art von Spieler findet das Spiel denn langweilig oder welche Art von Spieler findet es spannend und vor allem, warum findet der Spieler, der das Spiel langweilig findet, das Spiel überhaupt langweilig? Welche Gründe kann das haben? Und genau das sind so im Groben die Fragen, die ich heute etwas beantworten und analysieren möchte. Bevor wir aber so richtig anfangen, muss ich auch noch was anderes dazu sagen, denn ihr wisst es vielleicht, dass ich auch schon vor der Veröffentlichung in der Lage war, Battlefield 1 anzutesten, indem ich EA eingeladen hat und naja, damals war das zwar nur eine leise Vermutung von mir, aber ich hatte auch schon irgendwie davor gedacht, dass Battlefield 1 vielleicht etwas langweiliger als andere Teile der Serie empfunden werden könnte. Das liegt zum einen am Umfang und der Wirkung des Spiels. Auf mich hat das Spiel zum Beispiel seit der ersten Stunde nicht unbedingt wie ein Battlefield 4 gewirkt, also jetzt natürlich nicht im Sinne des Artstyles oder des Gameplays, denn das eine ist Modern Warfare, das eine eben nicht. Also das sollte klar sein, darum geht es nicht. Es geht wirklich nur um die Detailtiefe und genau diese Detailtiefe wird wohl auch der Grund für viele sein, warum sie das Spiel jetzt eventuell nicht mehr so spannend finden. Das Spiel hat selbstverständlich Details, es sieht schick aus, der Sound ist genial und naja, diese Sachen sind schon mal außen vor. Das ist wirklich nicht das, worum es geht. Es geht hier wirklich um die Details, die auf lange Sicht motivieren zu spielen und da das natürlich nicht für jeden gleich ist, wird das auch nicht für jeden der gleiche Grund sein, warum er Battlefield 1 eventuell nicht mehr so spannend findet. Eine Sache, die mir zum Beispiel wichtig ist, wenn es um Langzeitmotivation für ein Spiel geht, ist selbstverständlich der Spielspaß, denn ohne den Spielspaß, ohne das Gameplay, das einen richtig Laune macht, dann naja, da würde nichts funktionieren. Eine andere Sache, die aber jetzt dazu kommt, ist das Freischaltungssystem oder eher gesagt ein Ziel zu haben. Es ist ganz normal, dass Menschen sich nach Zielen umschauen und das ist ja auch oft so, dass man es einfach braucht, um die nötige Motivation zu erhalten, um eine bestimmte Tätigkeit weiter aufrecht zu erhalten. Und dieses Ziel zu haben, ist nicht nur im Leben so, sondern auch in einem Spiel ist das wichtig. Und wenn es im Spiel, im Falle von Battlefield 1, kein interessantes Ziel für den Spieler mehr geben sollte, dann wird das Spiel auch automatisch, wenn es viel Spaß macht, direkt etwas weniger Spaß machen zu scheinen. Mittlerweile gibt es ja einen Haufen Spiele und deswegen denke ich, dass es auch für heutige Spiele gerade umso wichtiger wird, auch Langzeitmotivation aufrecht zu erhalten. Naja, denn es gibt einige Alternativen, die man eben spielen könnte und wenn das Spiel diese Spiele nicht verlieren möchte, dann muss es eben auch dafür sorgen, dass nicht nur Casuals, sondern auch Hardcore-Spieler irgendwie befriedigt werden können. Es gibt sicherlich noch andere Dinge, die ein Spiel interessant machen, aber im Falle von Battlefield 1 wird das Freischaltungssystem sehr oft genannt. Manchmal wird aber sogar gesagt, dass man in Battlefield 1 zu wenige Waffen hätte und deshalb ist die Freischaltung nicht gegeben oder man hätte generell zu wenig Abwechslung. Aber wisst ihr, was ich eher für das Problem halte? Dass man zu schnell im Endgame-Szenario steckt. Also man hat zu schnell alles gesehen, was das Spiel bietet, man hat zu schnell alle Waffen freigeschaltet und so weiter. Für viele Spieler mag das ja auch cool sein, dass es so ist, denn die Spielerzahlen von Battlefield 1 sprechen für sich. Zum Zeitpunkt, als ich das Video hier vorbereitet habe, spielen gerade 250.000 Spieler Battlefield 1 auf allen Plattformen gesehen und nur ca. 50.000 Spieler spielen Battlefield 4. Die maximale Anzahl von gleichzeitigen Spielern in Battlefield 1 in den letzten 24 Stunden, seitdem ich das eben hier aufgenommen oder beziehungsweise vorbereitet habe, liegt bei 477.000 Spielern bei Battlefield 1, wie gesagt, und bei Battlefield 4 gerade mal bei 83.000. Aber wie kann das dann sein, dass ein Spiel so beliebt ist und gleichzeitig von vielen Leuten als langweilig empfunden wird? Manch einer würde jetzt argumentieren, dass dieser Spieler, der behauptet, dass es langweilig ist, vielleicht einfach keine Ahnung hat, so liest man es oft in den Kommentaren. Vielleicht erwartet er einfach zu viel, das geht nochmal ein bisschen in die richtige Richtung, würde ich sagen. Aber es liegt natürlich wirklich erstmal im Grunde daran, dass nicht dieselbe Person sagt, dass es langweilig ist und auch gleichzeitig dann aber weiterspielt. Oder genauer gesagt, es gibt verschiedene Gruppen und die größte Gruppe, so ziemlich jedes Spiels, ist die Casual- oder Feierabend-Zocker-Gruppe oder wie auch immer man sie nennen möchte. Und genau die finden das Spiel ja auch in den meisten Fällen sehr spannend. Die Kommentare zum Thema Battlefield 1 ist langweilig, stammen aber meistens nicht von diesen Spielern, sondern von Spielern, die extrem viel gespielt haben. In den meisten Fällen sind sie jetzt über Level 80 und die haben auch berichtet, dass sie alle Waffen schon lange freigeschaltet haben. Dazu haben sie auch oft geschrieben, dass sie auf PC spielen. Die Sache mit der Freischaltung ist mir aber natürlich auch beim Spielen aufgefallen. Mittlerweile habe ich knapp 120 Stunden oder 130 Stunden im finalen Spiel nochmal circa 100 mit Beta und Alpha dazugerechnet. Aber im fertigen Spiel hatte ich echt das Gefühl, dass ich sehr schnell alle Waffen freigeschaltet hatte. Ich weiß nicht genau wie schnell, ich habe leider nicht genau darauf geachtet, aber länger als 20 bis meinetwegen 40 Stunden hat es wohl auf keinen Fall gedauert. Und das ist ziemlich heftig. Selbst wenn es 50 Stunden gewesen wären, wäre das immer noch ziemlich heftig. Gut, man muss auch dazu sagen, dass ich oft versucht habe, so effektiv wie möglich alle Waffen freizuschalten, weil ich sie einfach gerne testen wollte. Aber naja, trotzdem ist es ziemlich schnell, finde ich. Auch wenn ich nicht immer Battlefield 4 als Vergleich heranziehen möchte, denn das wirkt irgendwie so, als würde ich der Meinung sein, dass BF4 besser als BF1 ist. Naja, aber egal. Muss ich aber auch hier wieder sagen, dass man in BF4 zum Beispiel nach so kurzer Spielzeit noch lange nicht alles gesehen oder gespielt hat. In BF4 hat es echt lange gedauert, bis man jede Waffe freigeschaltet hat und alleine das ist ja für viele Spieler eine extra Motivation, extra lange zu spielen. Die BF4 Spielmotivation kam auch zum Großteil für viele Spieler durch die geschickte Freischaltung und das Auftragssystem des Spiels. Wie gesagt, es liegt nicht nur daran, aber das ist natürlich ein Bonuspunkt für ein Spiel, denn Spielspaß muss es prinzipiell bieten. Jetzt ist nur die Frage, was kann es noch bieten, um einen Spieler zu motivieren, weiterzumachen. Die Kommentare zum Thema BF1 ist langweilig kamen übrigens auch fast ausschließlich von Spielern, die auch sehr viel Battlefield 4 gespielt haben. BF4 hatte wie angesprochen sehr viel zum Freischalten, alleine die Waffen alle freizuschalten dauerte in der Regel sehr lange. Dazu kamen jetzt noch unzählige Waffenaufsätze und die hat man in BF1 direkt oder nach sehr kurzer Spielzeit über die Klassenränge und der jeweiligen Waffenversion freigespielt. Es ist jetzt wirklich sehr schwer, hier irgendwie einen Punkt zu machen, aber ich persönlich finde BF1 nicht unbedingt langweilig. Aber es motiviert mich als Spieler sehr wenig, genauso viel weiter zu spielen, wie ich es anfangs auch noch gemacht habe. Und das nicht, weil es mir einfach keinen Spaß mehr macht, sondern weil mir das Ziel fehlt. Mir fehlt es, irgendwas freizuspielen, obwohl ich es niemals nutzen werde. So blöd das jetzt klingt, aber genau das ist wohl das Ergebnis aus Spielen, die uns an etwas gewöhnt haben, was wir jetzt für den Standard halten. Wer also BF4 gespielt hat und jetzt zu BF1 gewechselt hat, dem wird das wahrscheinlich früher oder später auch genauso ergehen oder zumindest ähnlich, denn BF4 hat uns darauf trainiert und konditioniert, dass wir immer schön viel freizuschalten haben. Wie gesagt, das ist jetzt nicht der einzige Grund, warum man etwas spielt, aber es macht natürlich einen nennenswerten Teil der Motivation, gerade im Langzeitbereich aus. Ist BF1 also langweilig? Ich würde erstmal generell sagen, dass es das nicht ist und viel wichtiger, man sollte nie vergessen, dass jeder seinen eigenen Grund hat, warum er etwas spannend findet. Genauso findet natürlich jeder andere Gründe, warum er etwas zum Beispiel nicht mehr spannend finden könnte. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich sehr gut verstehen kann, wenn jemand BF1 weniger interessant findet, gerade im Vergleich zum Anfang und vor allem, wenn er eine hohe Spielzeit hat von meinetwegen 100 Stunden oder mehr und mal ganz ehrlich, 100 Stunden Spielzeit zu haben, das ist mittlerweile wirklich viel. Dabei meine ich jetzt nicht, dass es viel ist, weil BF1 noch nicht so lange draußen ist, aber mir fallen aktuell kaum andere Spiele ein, in denen ich meinetwegen auch nur ansatzweise so viele Stunden gespielt habe, die aber genauso ein Vollpreisspiel wie Battlefield sind. Aus wirtschaftlicher Sicht ergibt es für einen Publisher natürlich auch keinen oder zumindest wenig Sinn, ein Spiel so entwickeln zu lassen, sodass es auch nach 1000 Stunden noch supergeil ist, zumindest wenn der Publisher noch plant, ein neues Spiel in den folgenden Jahren zu verkaufen. Dass das so ist, sieht man ja leider auch an anderen Dingen und so schade das natürlich ist, dass die Entwicklung eben so ist, naja, so ist es wohl die lukrativste für die Firmen. Ich will die Firmen jetzt auch nicht verteidigen oder besser dastehen lassen, dadurch, dass ich das jetzt betont habe, so ungefähr. Ich wollte es aber dazu sagen, denn mir ist durchaus bewusst, warum und wieso etwas passiert und wieso meinetwegen auch ein Battlefield 1 eventuell so getrimmt sein könnte, dass es absichtlich kurzlebiger gestaltet wurde. Eigentlich könnte ich hier noch um einiges länger über dieses Thema reden, denn ich finde es wirklich spannend und ich weiß auch gar nicht, wieso so richtig und ich hoffe natürlich auch, ihr hattet euren Spaß am Video. Auch wenn das Video jetzt nicht dabei helfen wird, dass man mehr Spaß am Spiel hat, so wird man sich vielleicht einfach etwas bewusster über das Wieso, Weshalb und Warum und das interessiert mich persönlich sehr, wenn es um sowas geht. Interessieren würde mich jetzt an dieser Stelle auch noch eure Meinung, denn nach so vielen Überlegungen von meiner Seite würde ich gerne von euch wissen, was ihr dazu denkt und vor allem, was würdet ihr vorschlagen, um Battlefield 1 interessanter zu machen? Meine grobe Idee wäre da auch wieder das Freischaltungssystem, und sollte den Spielern mehr sinnvolle Ziele geben, zum Beispiel die Aufträge in Battlefield 4. Und auch wenn es sowas in der Art in Battlefield 1 gibt, so fehlt mir ein ganz großer Teil der Motivation, diese Medaillen überhaupt zu machen, denn durch die Medals bekommt man XP und nichts anderes und ab einem bestimmten Punkt will man ja gar keine XP mehr, denn XP bringen ein Level-Up, aber durch das Level-Up bekomme ich ab dem erwähnten Punkt ja eh nichts mehr. Wichtiger wäre also für mich zum Beispiel, dass man mit der Medal zum Beispiel eine bestimmte Tarnung freischalten kann, oder ein Battle-Pack, irgendwas. Es muss irgendwas geben, worauf man als Spieler wirklich hinarbeiten kann. Und es sollte nicht alles einfach hinterhergeworfen werden, und naja, im Falle der Battle-Pack sollte es vielleicht auch nicht random sein, denn, naja, keine Ahnung, für mich fühlt sich das nicht wirklich gut an, wenn ich einfach random was hinterhergeschmissen bekomme, ich würde es viel lieber einfach erspielen. Aber okay, ich hoffe, dass ich meine Ansichten zum Thema mit euch verständlich teilen konnte, falls nicht, ich werde es versuchen in den Kommentaren nochmal ein bisschen zu erläutern, denn ich bin mir fast schon sicher, dass es da irgendwie ein paar, naja, kleine Verständnisprobleme geben wird. Es ist ja ein sehr komplexes Thema, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr das Thema spannend fandet. Kleiner Hinweis noch zum Ende, das hat nichts mit dem Video hier zu tun, aber egal, und zwar das Battlefield 1-Gewinnspiel, das ich gemacht habe, wurde wie geplant beendet. Ich habe 5 Keys auf Twitter und 5 Keys auf YouTuber gegeben, die 5 Twitter Keys wurden direkt von ihren Gewinnern erhalten, abgeholt oder wie auch immer, aber auf YouTube sind die Nachrichten wohl einfach ein bisschen zu versteckt und deshalb hat bis heute auch nur einer der Gewinner auf die Benachrichtigung reagiert. Die 4 übrigen Keys werde ich jetzt nochmal ein bisschen aufbewahren und dann schauen wir, was in den nächsten Tagen passiert. Vielleicht melden sie sich noch und ansonsten, naja, schauen wir mal, was wir damit machen werden. Also dann Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.